RUNNER, herzlich willkommen zurück zu der wahrscheinlich vorletzten Folge der Storyline. Wir spielen heute... ...Missionsauswahl. Als erste Mission herrschen in der Hölle. Es gibt zwei Schwerter, drei Artefakte und eine Turnaufnahme. Hm, mal schauen wir mal auf die Fen. Ah, das ist schrecklich. Ah, einer ist Schwert. Alles klar. Ja, selber Stil. So ein bisschen die Biohazard-Achtung- hier wird gearbeitet-Version. So, aber was war das für ein komisches Viech, was hier durchgelaufen ist? Fragen über Fragen. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie in Dead Space, muss ich ehrlich sagen. Ja, da wäre ich... Ja, danke, da werde ich nicht reinrennen. Aber hier muss ich ja hin. Hoppa. Die Musik ist aus. Das machen die mit Absicht. Okay, zurück. Hopp, hopp. Wo ist jetzt der Letzte? Schade, okay. Also da, da, dann hier rüber rennen, da, dann geht das aus, dann kann ich da durch. Und nochmal. So. Und hierher. Und Shuriken. Und... Und Shuriken. Shuriken. Und Schuriken. Und durch. Sorry. Das ist ja voll frech. Hey Leute, jetzt gerade in diesem Level, ich denke mir echt, bring hier in dem Format einen Überlebenshorror-Game an Start und... Ey. Das wird da knaller. Ich fühle mich gerade wie... An Alien Isolation oder Dead Space. Die Stimmung ist völlig gekippt von den schnellen, stylischen Schnetzler. Okay. Ähm... Komme ich jetzt... Okay. Ich habe irgendwas verpasst. Cola. Okay. Hä? Okay, Schlauch. Ah. Ha, 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 ha. Ich dussel. So, jetzt habe ich eine Tür da drüben aufgemacht, oder wie? Scheinzohr. Scheinzohr. I'm not here to rule you. I'm here to save you. Headcrabs? Okay, die Frage ist, ist das Artefakt oben, oder... Ja, muss ja, oder? Oh, dem geht's ja nicht. Hm. Und die Musik kommt. Artefakt in dieser Richtung. Also, ja, wo denn? Okay, ich muss nochmal nach unten. Ja, ich hab's doch gewusst. Gegenstand. Handheld-Konsole. Ach, die ist ja nice. Sie waren trotz der Beliebtheit von Virtual Reality in der alten Welt sehr beliebt. Konsolen, die nach fast einem gesamten Jahrhundert noch funktionieren. Sie sind sehr wertvoll, auch wenn keine neuen Spiele mehr entwickelt werden. So eine kleine Holoport-Konsole. Mega gut. So, aber jetzt haben wir ein großes Problem. Oder auch nicht. Ah, oder vielleicht doch. Und wir sind da. We can't alter the planet, but we can alter ourselves. That's nonsense. Okay. Was ist denn hier jetzt los? Ich muss die einfach umgeben. Ah. Und was ist die? Synthetic grafts, covering 80% of the body. No brains to speak of. This is Mara's solution. And what's yours? Like I told you, I am Resolve, Single Will, One Purpose. We need to adapt. Cheers. To evolve. Technology kept us alive until now. Gave us this shelter. But we need to take it in deeper. But we need to take it in deeper. Into our bodies. Mal schauen, ob ich euch... Oh, Mann, oh. Oh, Mann, oh. Hm. Okay, man kann sie wie ein Creeper im Minecraft triggern. Dass sie dann schnell explodieren. Hm. Und noch ein Schwert. Oh, ja. Hm. What? Wo kommst du denn her? Ah. Okay, das war gerade noch Glück. Ich guck zu wenig auf die Minimap, ey. Los, los, los. Nein, 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 nein. Okay, stell mich gerade dumm an. Dummer als nötig. Gegenstand, Brieftasche, nee, Laptop. Dem Logo nach gehörte dieser hier ein Mitarbeiter der Samsara-Koop. Heutzutage sind Computer dieser Größe eher selten. Fast jedes elektronische Gerät hat nun integrierte Mikrochips. Jaja, der letzte seiner Art. Ähm, ja, haben wir alles. Open your eyes, mal wieder. Hm, jetzt hier lang. Some of you already received the gift. They can walk under the sky. Soon, everyone will be in hand. Soon, we'll inhabit the outside once more. Okay. Das war nötig, um nicht zu sterben. Scheiße. Ja, natürlich. Wie soll ich denn dann in der Kasse... Okay. Muss ich mir dafür aufheben, wahrscheinlich. Hallo. Na, wer seid ihr? Ey, wie schnell die da noch sind. Wahnsinn. 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 Also, ich muss die zum Kollidieren bringen. Das habe ich doch richtig... Okay. Oder sie explodieren gar nicht auf Kollision, sondern eher... Auf meine Entfernung. Oh Mann, immer das... Ah, da, 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 da. Ah, ja, 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 schon ein anderer Schnack. Oh Mann, wir sind da drauf. Was, ist das schon hart? Wut? Dasitsch, völlig weg! Völlig... Herz ugh... Die hat stehen geblieben gerade. Oh mein Gott. Ich habe das Gefühl, ich muss mit der Schwertspitze treffen, wenn ich sie wirklich durch einen Schlag zerstören will. Einfach links liegen lassen. So, jetzt kommt noch so ein Viech. Also der Rückzieher ist schon eine sehr aufregende Technik. Okay, lieber sicher. Der Schlag hat bereits erzeugt. Alles, was wir tun müssen, ist es umdrehen. Aber das wird nicht passieren, wenn wir dividiert werden. Richtig. 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 Ich tänze dich noch aus. Man, da sind so viele. Muss sie einzeln triggern, oder ist das die... Richtig. 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 Gut. Und... Ich finde, ich trage gleich alles in unserem Geruch. Ich würde da sehen, wenn du meinen Planbein' benutzen kannst. Aber wir können sie nicht machen, denn die Transformation ist nicht einfach. Es ist hart und schrecklich und es braucht Arbeit. Jetzt hättest du dich hier aus. Jetzt darf bloß kein Flüchtigkeitsfehler passieren. Ich hab's doch gewusst. Gegenstand. Altes Buch. Ja, was soll das sein? Dieses ominöse Material. Eine alte Ausgabe von Charles Darwins wahnbrechendem Werk. Auf der Innenseite ist eine Widmung. Perfektion braucht keine Evolution. Bleib immer so, wie du bist. M. Adam. Madame? Es muss ein kleines Vermögen wert sein. Ja, Papier gibt es wahrscheinlich. Wut? Nicht mehr? Ähm. Aha. Und abtauchen. A Singular Opportunity. The Technique you'll learn here is beyond what regular Ghost Runners were ever capable of. Regular? We weren't equal? Equal? Yes. Identical? No. Some of you had unique abilities. Some had... Experimental features. Levels. Ja. Level? Hast du dich aufgehangen? Achso. Wow, das experimentelle neue Feature. Erleben Sie es bei Ihrer neuen Ghost Runner Version 0815. Er findet seinen Weg alleine. Dieses Feature ermöglicht Ihrem Ghost Runner jeglichen versteckten Cube zu finden, den Sie sich vorstellen können. What about me? What about you? What were my unique abilities? You didn't have any, I'm afraid. Who would have thought you were the one destined to become so very special? Ja, also, jetzt sag doch mal, was so special ist. Ist das öde. Also wirklich, das hätten Sie sich sparen können. Wenn wir uns denn die ganze Zeit ein Dialog wäre. Ja. Ja. Who were we? We've been through that already. You were peacekeepers. My Elite. No. Before that. Before the implants. There was no before. You weren't born. You were engineered. From a single cell up. You don't have implants. You are your implants. Eins. Jetzt komme ich in die vier. Oder ich gehe runter und springe in die fünf. Ja. Wow. So, jetzt muss ich noch. Ähm, nee, bin ja fertig. Jetzt muss ich in die drei, zwei, eins, zurück. Nee, bin ich ja wieder hier. Okay, nehmen wir den einfachen Weg. Okay, das war nicht so einfach. Was ist die Technik? Sie erinnern, den Atma-Chip, den die Mädchen benutzt? Gehirninterfaces. Ja. Es gibt eine Art, um sie zu verursachen. Sie senden ein Kontrollsignal tief in die neuralen Kortex. Sie haben gelernt, wie Menschen hacken. Wenn das so, was Sie wollen, dann nennen. Es wird schwer, ne, die da drüben noch zu sehen. Es wird schwer, wenn es eine andere Seite gibt. Ich glaube, wir haben beide unseren kleinen Geheimen gehalten. Na toll, das hat sich ja voll beruhend. Gut. Interessant. Pick your target wisely. Not every pawn is going to be worth the effort. Just like that. This is actually quite tricky to simulate. You're worse than Mara. What are you talking about? She sabotaged the Ghostrunners. You did it to everyone. It's a tool. If you don't like it, don't use it. So Runner, wir sind zurück und haben ein bisschen rumprobiert. Und jetzt habe ich so die Sachen drin, die ich eigentlich möchte. Ihr seht schon, Extra Sprint ist natürlich drin. Ich habe hier oben noch weitere Extra Sprint Ladung. Allerdings erhöht sich dann hier leicht und die Uplinkzeit wird hier verändert, gesenkt. Hier wird sie deutlich erhöht. Also ich bin mit denen schon zufrieden. Und gerade jetzt in der Kombi. Denn ich wollte eine Sprint Aufladung haben. Ich wollte die Artefakte sehen, damit ich die im ersten Run sammeln kann. Dann will ich auf jeden Fall Projektile zurückschlagen können. Und dieses Ding, jeder getötete Gegner, löst einen kurzen sensorischen Boost aus. Ja, da ich nur am Gegner töten bin, will ich das haben. Und hier für den Fokus, den ich vorher ja mit Blocken erhöht habe. Wenn ich den Sturm immer als Primärfähigkeit nur zunehe und die ersten Gegner immer zwei sind, die dort wegräumen, bekomme ich sofort den verbrauchten Fokus zurück und kann dann eine zweite Fähigkeit hinten dran setzen. Irgendwie wollte ich sowas haben. Ich wollte nicht auf irgendeine Fähigkeit gehen, sondern mir die Option für mehrere offen halten. Jetzt habe ich zwar hier oben drei frei, aber gut. So wird jetzt erstmal gespielt. Die, die Angst haben verändert. Die, die nicht zufrieden machen, die nicht zufrieden machen, haben uns gegen uns gespielt. Wir mussten unsere Zukunft schützen, und wir haben das gemacht. Die Trailer sind tot. Aber ihre Unterstützer sind immer hinter uns. So, da das ja schon dann die nächsten Folgen sind, nehmen wir jetzt das neue Schwert. Ich habe ganz vergessen, wie es heißt. Isanami war das erste und Void Drachen Zuru ist das zweite für heute. Hm. Dieses Schwert war es, das sich da hingerichtet hat. Ja. Ja. Ich verstehe das mit der Zeit-Use. What the heck. Okay. Es ist doch wohl nicht wahr, was ist das denn? Ja. 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 So, wie mache ich denn als nächsten dich wahrscheinlich? Aus welchen Grund seid ihr jetzt explodiert? Ich frage nichts. Jetzt geht es hier ja ab. Um eins ist hops. Ich frage nichts. Da ist schon die Tür. Okay, alles mit der Ruhe. So, jetzt haben wir dich. Und dich. Sehr gut. Ohne geschafft, ohne Zeit anhalten. Wir sind schon guter Ninja, muss ich sagen. Ich habe nicht nach Artefakten geschaut. Wer bist du denn? Der ist jetzt so unsichtbar. Ich glaube es hackt. Ah, der kann sich teleportieren. Nice Fähigkeit Kollege. Nice Fähigkeit Kollege. Shit Fähigkeit. Aha. Okay. Na, ein Kampf. Kann ich die zurückschlagen? Kann ich die zurückschlagen? Muss ich testen? Muss ich testen? Vermute nicht. Okay. Okay, das war zu spät geschlagen. Nee. Also ich habe jetzt genau in den Schlag reingeschlagen. Nichts ist passiert. Okay, du bist schnell. Ich muss dich vor deinem dritten Schlag erreichen. Aber er dreht sich schnell. Aber es hat geklappt. Schildmann oder Sprungmann? Schildmann. Woop! Fünfze Entfernung. Killswitch, nicht gefunden. Nee. Okay. Und dann... Ach, das ist so ärgerlich, dass es dann an diesen Sprüngen hat. Okay, dann eben so. Okay, noch einer. Und... Moment. Ich glaube, das ist im nächsten Raum. Ja. Sehr gut. Ja. 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 29th, after the burst, I've achieved the impossible. A fully sentient artificial intelligence that will carry on my will and see my plan. Our plan, through to the very end. To Dharma Tower. To humanity's future. To you, Architect. You do look rather silly holding both glasses yourself, Adam. If it's social occasions you require my assistance with, I'd suggest, equipping me with a body or an arm. At the very least. We'll get to that in due time, my friend. We'll get to that. I can't wait for Mara to meet you. I'm sure she'll like me. Okay. Da hinten sind die Kollegen. Hier werde ich beide nicht erwischen. Dann würde es sich lohnen. Das wird. Hart gegen drei, diese Leute. Steht der davon? Wisst ihr? oh da habe ich mich schon abgrund springen sehen der abgrund der abgrund so wo ist jetzt letzte nicht mehr da alle geholt ja runner wenn euch der content gefällt lasst gern ein like comment oder abo da drückt die glocke um kein video mehr zu verpassen und schaut bei twitter oder instagram für die neuen folgen trailer vorbei bis zur nächsten folge und ciao und